hallo du hallo und hallo annabelle und hallo meine süßen so ich mir gefällt das richtig hier wir sind ja noch nicht so weit mit den ein dekorieren aber bislang ich finde es sieht halt schon richtig richtig gut aus guck mal das ist meine küche das ist den raum müsste ich noch irgendwie für irgendwas verwenden ich habe keine ahnung was ich damit mache keine ahnung ich überlege noch ja wir wollen heute safir suchen weil ihr seht ja schon ich habe eigentlich schon genügend kristall wir brauchen safir und ja ich weiß gar nicht so genau wo ist safir gibt wir gucken einfach mal zusammen oh komm morgen bitte zum zentralplatz ich werde am forschungszentrum warten mint ich schreib mir das mal kurz auf mit den ganzen tag stocker ja soll er wohl den ganzen tag dort warten ich komme dann irgendwann vorbei keine sorge irgendwann so ich weiß gar nicht genau woher es safir gibt ich glaube einfach dass die auch bei den großen steinen gibt mit etwas glück ich hätte natürlich vorher nachgucken können auch das ist halt weil ich immer zu schnell die folgen anmache erinnert mich manchmal bei mir kommt halt dieses götterkomplex durch dieses ach ja finde ich schon müssen wir mal gucken also hier gibt es auf jeden fall andere steine ich gehe mal ganz kurz schummeln ich gehe mal ganz kurz schummeln ich will nicht so lange warten dann 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 okay ich In Galsmide, da könnten sie auch sein. Das ist ja cool. Ich muss mal ganz kurz durchlesen. Okay, dann gehen wir da mal heute hin. Wenn es die dort gibt, dann gehen wir da hin. Ja, ganz einfach. Ich brauche ein... Warum habe ich mein Pferd nicht mitgenommen? Und ich glaube, ich habe auch meine Tiere noch nicht gefüttert. Oh. Nicht schon wieder. Ha. Wenn man so raus tappt, wenn man was klickt, kann man einfach verhindern, indem man kurz die Taste trifft. Ich bin verwirrt. Aber nein, Schweinchen, bleib. Ich will dich füttern. Hulup. Hulup. Hulup, hulup. Es ist Freitag, das heißt, wir könnten gleich eine richtig tolle Quest mit sehr viel Kohl kriegen. Mal sehen. Ja, guck. Freitags sind Superquesten da. Superquesten, Superquesten. Und wir haben vor allem lange Zeit, sie überhaupt zu machen. Das heißt, ja, wir gehen jetzt erstmal hier wieder unseren täglichen Ablauf. Nein. Ich möchte hier. Guck mal, hier können wir natürlich auch mal gucken. Gestreifter Teppich. Grober Teppich. Fitness. Ja. Ich bin eine Fitness-Mappe. Darling. Hallo. Äh. Guck mal, das da müssen wir auch nochmal. Eine Gummifrucht. Guck mal. Toll, oder? Extra für dich. Von mir für dich. Genau. Merlin, hallo. Ähm. Guck mal. Thanks. This looks good. Mint müssten wir noch irgendwo finden, damit wir den hässlichen Stuhl wegwerfen. In seine Richtung können. Ja. Darling. So, hier, Mint, ein Geschenk. Bub. Landet auf, zerquetscht in die Gedärme und wir so, ja, gern geschehen. Tschüss. Oh, das ist echt nicht, Alter, das Gemüse hier. Oh, ja, ja, ja. Guck mal, da ist der. Mint. Mint. Have you read my letter? I'll see you tomorrow. Das ist dein Ernst? Hi. Hi. Guck mal, ein Ei. Guck mal, ich gebe auch meine Eier einfach nicht, sondern ich werfe denen das auf den Kopf. Hi. Hier ein Ei. Und sie so, ah, guck mal. Wir holen mal so einen Burger. Burger sind doch toll. Vielleicht können wir die auch. Guck mal, wie viel das eigentlich bringt. Oh, da. Da ist ein Edel-Ein-Kristall. Ich muss haben. Da können auch die Saphire drin sein, an diesen Dingern. Von daher ist es sowieso eine gute Anlaufstelle für uns. Guck, ein Saphir. Uh. Wir brauchen auch nicht so viele Saphire. Von daher ist das gar nicht ganz cool. Vielleicht sollen wir doch nochmal zur Geisterhöhle. Weil da drin könnten die Saphire ja auch sein, oder? Hm. Aber ich will trotzdem mal zur Mine und dann dort gucken. Guck mal, hier irgendwo. Ich gehe da einfach mal gucken, was da drin überhaupt ist. Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt reingehen kann. Ach guck mal, wir müssen erstmal dann... Dann müssen wir erstmal das eine machen, um die anderen machen zu können. Also... Mach ich das doch mal. Oh, guckt euch die mal an. Energiestein. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich hier nach oben komme. Ich fliege. Das ist so der Sinn der Sache. Die Gier! Na ja, jetzt muss ich jetzt nochmal machen. Da sind noch welche. Gehen einfach mal durch und gucken, wie weit wir kommen. Ich meine, die XP können wir sicherlich... Verlorene Variante? Jetzt sah aber menschlich aus. Macht uns aber jetzt nicht so viel aus. Das, was mir eher zu denken gibt, ist, dass ich hier ganz schön viel... Ein Plüsch-Teddy eher... Oh. Oh. Ich muss mal gucken. Oha! Okay. Das Ding sieht ein bisschen... Okay, es soll wohl auch stark sein. Aber gegen uns hat es keine Chance. Weil wir jetzt drücken die ganze Zeit linke Maustaste. Damit rechnet das Ding nicht. Ah! 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 Diamant! Oh, oh! Oh! Ja, ich... Ich weiß. Lass mich. Oh Gott. Wir hätten nicht so viel Zeug hier. Ich habe ein Nova-Schwert bekommen. Wir haben halt noch so viel... Diamant. Was ist das? Eine große... Bohrerspitze. Man weiß ja nie, wofür man die Dinger braucht irgendwann mal. Ich kann nicht die Baby-Dinger da... Ja. Löd. So, ab zum nächsten. Flamm-Variante. Hm. Ah! Guck mal, Erste Hilfe hatte ich jetzt hier bekommen. Wo ist denn dieses Erste-Hilfe-Ding? Was ist das eigentlich? Ein Teil eines Relikts. Okay, das... Lieber nicht. Da ist das Erste-Hilfe. Uh! Oh Gott, ey. Guck mal, da ist wieder eins. Ja, meine Gier ist halt schon wieder da. Eine Goldkröte. Puh... Guck mal, hier unten und dann so. Dann kommt man relativ gut durch. Du hast einen Hilfekasten. Jaaaa... Guck nochmal, ob ich ein Teetier, über das Teelibhaber ihren Tee gießen. Sag mal, bin ich die Einzige, die das cool findet? Ich freue mich immer, wenn ich hier neue Gegenstände entdecke. Lass mich in Ruhe! So, Gier. Ui, ich hab noch eine Goldkopf. Ich weiß auch schon, wo ich sie hinstelle zu Hause. Da freue ich mich wirklich voll. Ich bin so. Ich freue mich darüber, wenn ich neue Dinger habe. Ah, guck mal! Ah, guck mal! Das sieht süß aus, Schweinchen-Bot. Oh, aber es kann sein, dass es ein bisschen schwieriger ist. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh... Oh. oh, oh. Oh, oh, oh. Die brauche ich nicht, aber hier Tierfett brauche ich auch nicht. Knochen brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Okay, guck mal, wir machen die nächsten beiden einfach am nächsten Tag. Das ist die Ingalmina. Ja, weil wir müssen uns jetzt hinlegen. Die Zeit drängt schon wieder. Und ja, guck mal, wie spät es schon ist. Guck mal, wo ist der Fahrstuhl? Hier, oder? Ich glaube, wir haben voll schon wieder die A-Karte. Oh nein, nein. Dann wiedersehen bis morgen. Vielen Dank, denn ganz leid. Tschüss, Tschüss, Tschüss.